Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Ultimate Admiral Age of Sail und unserem Kampf hier gegen die französische Sandwichflotte wird jetzt auf alle Fälle sehr interessant die Franzosen hier mit unzähligen Schiffen, die versuchen sich hier vorne gleich mal direkt zu flankieren habe ich ein Problem mit das Problem ist auch, der Wind ist einfach gegen uns, das ist das große Problem die Franzosen umgehen uns jetzt quasi einfach in wenigen Sekunden, da ist natürlich jetzt das andere Problem ok, dann lassen wir die da einfach mal machen und kümmern uns jetzt erstmal um die da geht mal dorthin der Wind soll ja häufig drehen auf dieser Karte, habe ich gehört hoffen wir mal, dass sie recht behalten mit dieser Aussage genau, und ihr nehmt euch dann gleich mal hier diesen Schuften da an die fahren jetzt natürlich hier alle aufs offene Meer raus es wird auf alle Fälle schon fett geballert und wir möchten eigentlich möglichst wenig Schiffe verlieren jawohl, schon mal schön schießen hier, schön auf die Gloire, oder wie das Ding da heißt die Carolina ist auch da, natürlich ein amerikanisches Schiff was ist das hier, wenn es fertig wird hallo lass das die Ochsen genau, oh das gibt es oh, das gibt gleich so eine fette Breitseite ne das gibt gleich so eine fette Breitseite Linien-Schiff gegen Linien-Schiff gibt es jetzt hier gleich eieiei, nein und mein Linien-Schiff hat gerade geschossen könnte kurz ne Komplett-Wendung machen, Komplett-Wendung, Komplett-Wendung ah 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 die wird schon fett ausgeteilt überall ah 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 okay, die wollen mich einkesseln dreckigen Hundesöhne ihr dürft übrigens gerne weiterfahren, ne müsst ihr nicht so stehen bleiben oder so genau, ballert denen da auch mal was rein wo sind meine anderen Schiffe? du hast ja meine anderen Schiffe? die Carolina hat schon mal richtig fett eingesteckt das ist super man könnte natürlich versuchen die Säge zu zerstören aber man könnte es auch einfach sein, dass man versuchen die feindlichen Schiffe zu zerstören so, die wavern schon die, oh ja, jetzt hier leider müssen wir jetzt erstmal kurz nachladen, befürchte ich fast ja, könnt ihr mal aufhören, euch hier den ganzen Tag selber zu beschießen? mal einmal kurz ne Komplett-Wendung reinhauen wir jagen den weiter hinterher während hier oben meine Flotte wahrscheinlich gleich komplett untergeht gegen diese Linien-Pest Linien-Pest-Ten weil meine eigenen Schiffe wieder so kreuzdärmlich sind und sich hier gegenseitig rammen so, einmal kurz trennen ich mach jetzt eh wieder ne Friendly Fire gerade ja, die HMS Terrible leidet der Schatz gerade Terrible aus oder ist das Segelwerk von meiner, oh, die HMS Romney ist tot ah, die hat ne komplette Breitseite abbekommen ja, das war's jetzt haben wir zum Glück auch einige Linien-Schiffe, ne, sonst würde es dir wieder richtig scheiße ausschauen die HMS Terrible Leute, ihr steht da vielleicht richtig scheiße, ne äh, HMS Romney ihr könnt doch mal kurz auf die Dolphin mit drauf ja, genau, ihr könnt doch mal auf die da schießen vielleicht Kommandant Chapman Beaver wurde getötet naja, möge da in Frieden ruhen ok, das Ding muss jetzt erstmal wenden wie schaut's eigentlich hier drüben aus gerade sehr gut das Schiff sinkt die sind auch generell sehr unbegeistert alle hier ihr kennt eine generelle Unbegeisterung bei den, äh, Schiffen der französischen Flotte hier in diesem Bereich also während wir hier oben auf die Schnauze kriegen bekommen die unten auf die Schnauze das ist so eine Win-Win-Situation gerade oh, die Pearl ist auch am Arsch ah, diese Linien-Schiffe sind halt echt oh, die Terrible hat auch schon surrendert scheiße hey, 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 hey einmal kurz Komplettwendung und dann versuchen zu den anderen Schiffen zu gelangen as fast as possible ach, das ist natürlich nicht ganz so gelaufen wie ich es mir vorgestellt hätte müssen wir nicht drüber diskutieren wir versuchen uns mit unserer anderen Flotte zusammen zu tun die hat hier sehr gut sehr gute Arbeit geleistet einige hohe Verluste auf feindlicher Seite während wir unten dann dafür natürlich harte Verluste erlitten haben aber das kriegen wir das ist nicht weiter schlimm so, die Resul Resul Reschwul oder wie das Ding da heißt keine Ahnung das ballern wir mal hart weg kann er das entern hier? die Lutinen? ne, leider nicht hey, wäre auch zu cool gewesen hey, aber wartet mal geht mal auf das Schiff drauf ah, jede Menge Schiffe der Franzosen ergeben sich sehr nice einmal kurz vielleicht ein bisschen diagonal fahren und dann versuchen der der Nymphe da eins rein zu hauen das wäre sehr nice ah, die brennen übrigens das Linienschiff brennt da drüben von denen hier geht mal auch bitte auf die Terrible wir holen uns die Terrible wieder zurück so, das Schiff sinkt wir werden jetzt ah, unsere eigenen Schiffe schießen wieder mit hey, hey also hier haben wir wirklich komplett aufgeräumt hey, hey, hey das ist hier nicht ganz so gelaufen wie die Baguettes sich das vorgestellt haben als ich sie in den Ofen geschoben habe was ist das jetzt hier hört auf um mich zu schießen nicht meine Friendship können wir nochmal kurz denen eine Breitseite geben oder so warte, ich mach mir hier kurz Segel raus komm, einmal kurz stopp na, ihr nicht die da da stopp ey, 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 okay einmal wenden versuchen die jetzt von zwei Seiten zu nehmen die Glowar oder wie das Ding da heißt kriegt hoffentlich auch noch auf die Schnauze gleich so, einmal wenden und dann bitte auf die Kollegen da gleich schießen was schießen die denn da noch achso ja, das kriegen wir schon hin das kriegen wir schon alles hin das wird schon noch irgendwie alles was ist denn mit euch los achso, ich hab die Segel eingeholt ich erinnere mich komm, wieder Vollgas sechsten Gang rein einmal wenden und dann die französischen Restschiffe da einmal kurz ins Sandwich nehmen hallo, hier, hier oben lang oben lang so, und dann äh äh hoffe ich mal, dass meine Linienschiffe überleben das ist das Wichtigste ich mein, scheiß auf diese ganzen anderen Minischiffe die kann ich für ein paar 10.000 wieder ersetzen aber die die Linienschiffe würde ich nur sehr ungern verlieren Alter, das Schiff hat hier auch mal richtig, richtig Krawall gemacht ey, leckt mich am Arsch ha 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 geil oh, das ist genau das was ich erwartet habe also die sind ja kein Problem das sind nur so kleine Schiffe, wobei, naja die sind kein Problem das ist ah, die sind wieder ready die HMS Terrible ist wieder ready meine Boys let's go ja, ja, yo HMS Terrible ist back in Business, Boys sehr, sehr schön ja, das ist nicht sehr schön kurz Tempo verringern von euch ihr versucht den mal hier irgendwie rein zu segeln einmal wenden auch leicht wenden die sinken doch eigentlich alle die müssen doch einfach nochmal alle wirklich irgendwann untergehen hier die haben sich nochmal gerettet sogar die Boys da dann müssen sie auch nur aufpassen dass die nicht entkommen hier die Schweinepriester ok, ich habe hier gerade den Überblick verloren ich weiß nur, dass meine HMS Friendship hoffentlich lieber nicht untergeht weil sonst bin ich pissed, wenn die meine Friendship versenken dann gibt es richtig Krawall dann lösche ich das Spiel oder so die Friendship ist ein legendäres Schiff in unserer Flotte was uns viele gute Dienste geleistet hat in den letzten Jahren was machen die denn da warum fahren die mit 180 kmh hier weg was ist denn das jetzt hier eigentlich wenn es fertig ist hier liegen überall so viele Schiffe auf dem Meer komplett den Überblick verloren hallo da ist schon wieder so ein Scheißschiff was auf uns schießt hör doch mal auf auf mich zu schießen ich schieße doch auch nicht auf euch die ganze Zeit oh, da ist was explodiert oh, oh, oh das war hoffentlich kein Schiff von mir ne, das war die Cibelae wie das Ding da heißt ok, dann drehen wir alle wieder um nachdem hier eh schon die halbe französische Flotte in die Luft geflogen ist fast so wie ein Michael Bay-Film hier das Ganze sehr schön sehr schön langsam aber sicher lichtet sich das Baguette-Feld oh, die Allerkäste oder wie das Ding da heißt das sinkt auch sehr schön dann dann hauen wir dem Ding mal weiter rein hier einmal kurz Wendung das Ding sinkt auch die Gloire sehr schön immer noch besser gesagt die sinkt ihr schon die ganze Zeit eigentlich Achtung nicht auf euch selber schießen oh, die Matthews gegen die Lutinen hey, das ist hier wie ein Kreuzfeuer wie so einem schlechten James-Bond-Film von allen Seiten oh, die sinkt auch alles sinkt was sinken kann jawohl gebt ihn voll mit äh, gebt ihn voll mit der Jolly auch nochmal fährt einen mit reingeben wir kümmern euch da oben um die gracieus oh, schau mal da was da unten am Boden liegt aufpassen beim drüberfahren nicht, dass euch da den Lack abkratzt die haben Artillerie Schlack gehabt das ist sehr schön heißt, da sind Munitionsdepots in die Luft geflogen wenn ich mich nicht ganz täusche das nächste Schiff ist gesunken ach, meine französischen Freunde ey, was mache ich nur ohne euch oder was macht die nur was macht ihr nur jetzt haben die echt so eine nein, die Jolly sinkt scheiße das ist schlecht die machen jetzt wieder viel zu viel Verluste muss man einfach mal wirklich sagen machen schon wieder viel zu viel Verluste ähm, aber gut die Jolly noch mal schießen was das Arzthaus hergibt können natürlich auch versuchen das Leck zu schließen das wäre natürlich auch eine Möglichkeit was machen die denn da oben eigentlich ich segne ihn einfach weg so, die Terrible ist auch wieder back in business aber die Lutin ist leider noch in bester Verfassung aktuell bisschen besorgnis erregt oh, schau mal da brennt es sogar bei denen also die Alakest ist richtig am Sack bei denen brennt es die haben eigentlich alle Probleme die man haben kann Feuer Feuer an Bord Leck am Boden also Feuer da Leck da und keiner weiß was das Symbol da sein soll immer das check ich immer nicht so ein Schornsteinfeger oder sowas was ist denn das okay ne, er geht nicht ran okay, ist das ein Gartenzaun oder was ich hab vielleicht keine Ahnung was dieses Symbol sein soll ich weiß es nicht jedenfalls weiß ich dass die Lutin das letzte große Problem bleibt und solange ich die Lutin nicht weg bisschen los werde okay, das Ding ist jedenfalls auch gleich am Sack die haben nicht eine richtig fette Breitseite bekommen so, auf geht's segelt weiter die, ich weiß nicht ich glaube die Matthews sollte ich mal lieber aus dem Kampf rausnehmen erstmal weil nicht, dass die gleich, ähm naja, abnippelt das möchte ich nicht geht die mal nach oben geht die mal nach oben no, die Argumentum brennt scheiße okay die da unten chillen einfach nur ein bisschen so ich meine die löschen das Feuer ja meistens nach einer Weile okay, haben sie gelöscht sehr schön dann auch wieder in den Kampf die Terrible kämpft auch noch also die Terrible ist auf alle Fälle so richtig on fire kann man wirklich sagen da hat noch irgendwo Schiffe na, die sinken immer noch es brennt da hinten noch feindliche Schiffe okay ähm kurz folgendes alle bitte die Terrible unterstützen wir versuchen die was? Wasserstumpf ist gebrochen? Wasserpumpe ist gebrochen? haben die da Wasserpumpen drinnen? um das Wasser rauszupumpen? ich dachte das sind so kleine äh so Menschen meinte ich soll die Okay jetzt dachte ich schon ganz kurz was eigentlich mit der Terrible passiert? die war doch mal am sinken oder nicht? ne das war nicht die Terrible das war ein anderes Schiff die Jellar haben die das Loch wieder gesessen? ne haben sie nicht das ist immer noch am Sack der Schiff ähm ja ja ihr dürft übrigens gerne mal abhauen eigentlich war das der Plan mal genau lasst euch von allen Seiten geben das ist sehr nice ich hoffe dass wir das Schiff da oben noch schnell weg machen ah da unten sind leider auch noch Schiffe also eins vor allem ich schicke mal die Jellar da unten hin solange das Ding noch irgendwie treiben kann soll es treiben wenn die Lutin jetzt wirklich von allen Seiten richtig hart herangenommen wird ok das Schiff ist auch weg müsste man eigentlich nur noch dieses Schiff da zerstören und dieses Schiff das Schiff da sinkt eh gleich das hier die Lutin hat sich ergeben das ist hervorragend das heißt nämlich wenn wir das hier rechtzeitig vorbeikriegen zu Ende kriegen könnten wir die Lutin sogar noch für uns übernehmen wenn wir Glück haben ok Jellar segelt nach dort unten und ihr kümmert euch hier bitte um die Issel und gucken wir dass wir nochmal das ein oder andere Schiff hier gleich gefangen nehmen noch macht das Schiff hier wegkommen wie sie alle dorthin segeln als ob die sich irgendwas davon erhoffen könnt ihr das bitte wegmachen bevor die Terrible sinkt fände ich sehr nice jawohl weil die wegkommen von der Seite auch noch und dann wenn die die irgendwann sinken hallo das Schiff ist komplett am Arsch aber sinkt nicht das ist doch jetzt nicht schon wieder euer Ernst oder nein da ist auch noch ein Schiff ach verdammt habe ich wieder ganz vergessen ok die Jellar sinkt aber nicht mehr interesting nur noch die Terrible sinkt komm jag den kurz ein zwei Salben rein bitte ok abschließen oh Gott jetzt hoffe ich mal dass wir eventuell ein Schiff ok die Dorthin reparieren ok das wird jetzt sehr teuer das ganze wir haben jetzt aktuell 148.000 das war eine echt unnötig große Schlacht unglaublich ätzende harte Schlacht war das aber immerhin meine ganzen großen Gewichte hier meine ganzen großen Dinge haben überlebt das ist das wichtigste der Rest ist mir wurscht die kleinen Schiffe da zahle ich was zahle ich da 50.000 ist es na nicht mal 40.000 ist es den komplett wieder ausgestattet und aufgerüstet mehr brauchen wir gar nicht aber so ein Linien Schiff zu verlieren das wäre halt zum Beispiel der Schweine teuer gewesen deswegen alles Palette hier in Anführungsstrichen die Terrible ist noch ohne Start und vor allem wir können auch ja natürlich aktuell verbilligt sogar unsere Schiffe wieder reparieren dadurch dass unsere komplette Wirtschaft aktuell darauf ausgelegt ist uns im Krieg zu unterstützen so gucken wir jetzt gleich mal was wir hier erbeuten konnten ob wir was erbeuten konnten nein konnten wir nicht scheiße ah man 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 nach einer solchen Leistung kann niemand mehr in Frage stellen dass sie ihren Beitrag geleistet haben die Sektion des Konvois der sie begegnet sind ruhten nun entweder auf dem Grund des Meerdes oder in unseren Häfen leider waren andere Offiziere nicht so wachsam und ein großer Teil der Konvois haben in Frankreich erreicht aber jetzt haben wir schon Grand Hiver trotz unseres Sieges sind die Franzosen uns weiter strategisch überlegen während sie unsere Flotten ablenken liefern sie Nahrungsmittel aus Amerika in ein hungernes Frankreich sie scheinen all ihre Kriegsschiffe zurück in den Atlantiv zu ziehen während unsere gegenüberliegenden Flotten manövrierten entdeckten unsere Schwadronen die französische leichte Schwadronen unter dem Kommando von Konteradmiral Pierre-Jean Van Stable dies ist eine großartige Gelegenheit die französische Flotte zu schwächen und die Initiative zurückzugewinnen nun denn unsere Flotte ist repariert und ready ich glaube ich habe ein Schiff verloren leider okay 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 ja interesting auf alle Fälle da möchte man heute scheinbar alles was bei mir Kanonen hat testen wir konnten Elemente der leichten Schwadronen der Franzosen die von der Hauptgruppe isoliert waren abfangen und unsere Schiffe haben bereits begonnen anzugreifen dann kommen wahrscheinlich dann Franzosen wieder die Franzosen halten die Linien und sie scheinen Verstärkung zu erwarten die ihnen erlauben werden die Obern zu gewinnen falls es sich herausstellt dass die ganze Schwadronen der Nähe ist haben wir ein Scheiß Problem unsere Schiffe fahren unter vollen Segeln um sich den Kampf anzuschließen falls wir bedeutenden Schaden anrichten können wird es uns künftig viel leichter fallen die Franzosen auf dem Atlantik zu demolieren sehr schön sehr schön dann macht ihr euch mal auf den Weg wir lösen jetzt erstmal die Gruppe hier auf und wir geben uns alle auf den Weg hier hin warte mal ich habe doch noch viel mehr Schiffe gehabt eigentlich oder nicht muss ich wieder abziehen die Wolf Bay ist übrigens kein Linien Schiff würde man denken aufgrund der Größe ist aber gar keins ist tatsächlich kein Linien Schiff so da oben kommt ein ja komm es ist es ist ausgeglichen weil wir hier die ganz klare Feuer überlegen hatte okay die die ist instant der Marsch gewesen müssen wir aufpassen dass sie jetzt hier nicht abbauen oder so das wäre sehr uncool die haben Artillerieschlag gehabt sehr schön ja komm also das Schiff ist direkt weg das Schiff ist ja okay die haben wir in die Luft gejagt also gegen zwei Linien Schiffe und unsere geliebte Withbee das legendäre Schiff mit 30 Kanonen das ist natürlich dann das ist von Anfang an verloren gewesen die HMS Dolphin wird gleich so eine fette Breitseite wieder einteilen hier komm einmal hier schön Segel mit rein halten schauen wir jawoll ballert schön drauf hier rein da in das Ding schaut euch an wie das Leben runter geht mit jedem Treffer da fliegen die Kanonen rein so muss es sein äh ja fliegen eigentlich nur ins Wasser gerade aber ansonsten generell immer gute Treffer die medus ich will nichts sagen ich glaube die sind am arsch die sind jetzt schon halb unter Wasser man soll nicht auf leichen schießen hör auf with b meine freunde ich respektiere euch und so ihr macht einen guten job aber man muss nicht auf leichen treten aber die französische das französische linien schiff wird wie immer das Problem das schaut mir sehr gefährlich aus und sehr unentspannt da müssen man busy aufpassen busy die surveille ist jetzt dann auch gleich geschichte oh so liegen die schiffe beim surfen auch immer am was oder beim kite segeln oder wie man das nennt ja ihr wisst was ich meine also bislang minimale verlust auf unserer seite maximale verlust auf feindlicher seite so mag ich das doch ähm jetzt tun wir uns mal kurz begruppieren oder so oder mal ganz kurz wie können wir uns den bestmöglich gruppieren geht das hier irgendwie so das ist vielleicht noch eine sache die ich mir wünschen würde dass es hier möglichkeiten gäbe sich besser zu gruppieren das fehlt mir so ein bisschen diese möglichkeit ich kann ja quasi nicht irgendwie so mit meinen ein ich kann zwar alle auswählen aber ich kann nicht quasi hier so wählen ja eine Übersicht hat wie die Schiffe fahren oder auch nicht muss ich quasi wieder selber machen also Schiff Nummer Mainz geht dort hin Schiff Nummer 2 geht dort hin Schiff Nummer 2 geht dort hin so dort hin dort hin dort hin dort hin dort hin dort hin und die gehen auch irgendwo hin so und jetzt geht es dann gleich los die odiox yorks gegen unsere gesamte flotte das ist eigentlich auch das einzige Schiff was noch schießen kann die anderen sind auch nicht zu unterschätzen vor allem dieses ganz kleine süße Schiff hier mit den schönen kleinen Bananan obendran den Wimpeln oder wie die da heißen woher schießen die denn da achso naja klar warum nicht bei dem schlechten Wetter nochmal auf 5 Kilometer Entfernung da auf ein paar arme Leute im Meer schießen ist britische Standard Taktik zur Zermürbung der feindlichen Truppen darf man nicht vergessen so meine geliebte Wispy ich finde das echt toll dass ihr euch da opfert nach den ganzen Jahren und diesen harten Jobs die ihr da gemacht habt ich hätte mich gefreut wer die nicht die jenigen gewesen ja das ist wieder das ist das Problem hier was wir gerade sehen dass wir gegen den wind segeln aktuell noch das ist schlecht gut eingesteckt geht mal kurz hier oben lang ihr bitte auch die terrible ist natürlich hier noch der underdog an der ganzen geschichte das schiff war eigentlich schon vernichtet das ist eigentlich schon unter gegangen hat es aber dann echt noch geschafft sich zu retten an der letzten folge war diese folge sogar oder es war doch diese folge als ob die mein schiff leute die haben mein alter auch mit dem scheiß was ist mit euch die haben einfach das segel kaputt geballert dafür ich mich selber kaputt ganz toll das ist so richtig asozial von denen gewesen wenn die mir mein linien schiff zerstört was das wenn es fertig wird eigentlich was haben die denn da gemacht haben die sich einfach wieder repariert oder was so hier einmal hashtag hallo so das jetzt fertig ist die haben hier loch repariert ich habe das Loch wieder reingeschossen die hat kein segel mehr das segelschiff ohne segel wäre es nicht so treu wäre es schon fast wieder lustig eigentlich aber ist es nicht ist nicht lustig worauf schießt ihr da noch auf die armen leute da unten hä ah meine verstärkung trifft ein ah und weitere französische verstärkung trifft ein ah meine komplette ah jetzt kommen sie alle hier jetzt kommen sie alle ja moin schön euch auch nochmal zu sehen meine Freunde hier hätte ich ja gar nicht mehr gerechnet die Schlacht zieht sich noch ein bisschen aber was ich schon mal sagen kann die ordix oder wie das ding da heißt das ist am sack das ding das macht nichts mehr das ding schaut ein bisschen aus wie so ein ah wie dieses spielzeug schiffe damals die auch in der mitte immer hohl waren das ding ist auf alle fälle explodiert so meine geliebte with be wir schauen mal kurz was da oben noch kommt ok das ist keine das sind einfach nochmal so klar ah ok da ist noch mal eins aber keine linienschiffe mehr das ist beruhigend ich hatte schon Angst dass hier noch weitere 120 linienschiffe reinpumpen so dann sammeln wir uns jetzt hier einmal kurz neu wo kommen denn die die sind noch weit weg einfach mal alle hier hoch schicken genauso wie euch hier alle hin fangen wir die map diese französischen baguette fresser natürlich schickt man alle schiffe ohne rücksicht auch verluste weil alles was hier ist das ist ja irgendwie entweder tot oder gesungen und das ist ja noch ein billiges fußvolk was hier rumtuckert die gibt es keine Aufnahme mehr warum schießt er nicht auf dieses schiff was hier gerade unter geht warum immer das unter geht 2000 löcher in so einem schiff zusammen man hat hier in dem unteren bereich die hälfte zerschossen war das dann so eine todessache oder konnte man da gut reparieren sowas wäre ja schon mal interessant zu wissen wie lange es gedauert hat bis so ein schiff da wirklich gesunken ist also ich habe mal gelesen dass solche kämpfe auf mehr teilweise stunden gingen oder tage sogar manche schiffe die tausende treffer eingesteckt haben ohne zu sinken was ich schon relativ faszinierend finde eigentlich muss ich auch wirklich mal sagen wenn das stimmt weiß ich mal wovon man ausgehen dürfte aber gut so eine kanonkugel ist jetzt auch nicht groß das ist halt auch so ein ding das fliegt da vielleicht mal rein oder so aber dieses schiff waren ja teilweise gigantisch ich meine es ist schon klar dass da nicht einfach so die dinger sinken nach 5 sekunden weil da mal ein paar löcher reingeschossen wurden da wäre es auch ein bisschen zu viel erwartet wenn ihr es zum Beispiel mir anschaut hier das ist ein gigantisches schiff selbst wenn da 5000 kugeln einschlagen wenn ihr alle irgendwo in der mitte einschlagen kann sein dass das schiff zwar komplett kaputt ist aber immer noch fährt was macht denn das schiff jetzt hört auf uns zu schießen die matthew mag das nicht wenn man auf sie schießt dafür geben wir jetzt natürlich auch eine breitseite die sieht dann etwas anders aus da brennt es auch direkt auch ein linien schiff sollte nicht zu viele salben abbekommen mehr sage ich da jetzt einfach mal nicht zu die hms jala die gibt auch noch mal ein paar breitseiten ab so dann kommt das nächste linien schiff dann könnt ihr euch jetzt selber aussuchen okay 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 habt ihr das gerade gesehen glaubt ihr es gesehen das ding ist einfach in die luft geflogen ich weiß nicht warum ich habe damit nichts zu tun gehabt ich habe gar nichts gemacht das ding ist einfach explodiert ohne mein zutun einfach bumm einfach kabumm einfach in die luft geflogen lebt da noch jemand oder gibt es jetzt die roasted seaman da ist keiner mehr drauf auf dem schiff die sind wahrscheinlich alle durch die explosion mit in die luft geflogen ich finde das schön seitdem ich linien schiffe habe ist das hier alles deutlich entspannter was da hinten eigentlich das ist meine mein backup ist angekommen hallo die jobart die tigre die gehen jetzt alle auf den sack kommen wir euch noch mehr schiffe okay das sind diese kleinen buben da ja die franzosen haben sich das bestimmt nicht so vorgestellt wie es jetzt hier gelaufen ist da bin ich mir aber sicher einmal kurz wenden wobei das ding eh schon tiefgang hat tiefer gelegte schiffe sind nicht so das geile bei autos funktioniert das noch ein bisschen besser meistens aber bei schiffen oh oh ja ok schön war eine coole schlacht beide seiten mit elf schiffen aber wir hatten allein schon crew fast 2000 mehr bis zu 1200 haben wir trotzdem einige verluste gemacht was die reparaturkosten angeht aber ansonsten war es eine entspannte sache ich würde sagen ich schaue mir das nächste folge an hier mit den reparaturen und mit den sachen und was wir noch restliche missionen haben wir haben die französische schwadronen zerstreut und desorganisiert erwischt und ihnen schwere verluste zugefügt der rest der französischen flotte sollte jetzt deutlich einfacher zu besiegen sein ich kann mal hier ein paar punkte ausgeben ah ne warte mal stopp technologie brauche ich eigentlich gar nicht mehr habe ich schon komplett freigeschalten ähm warte was ist das hier mehr admiralität mehr ansehen pro gefecht will ich nicht preise billiger ist nicht schlecht so crew mannschaftstrainingsgeschwindigkeit das können wir auch mal weiter upgraden natürlich ganz cool so passt perfekt und wir können natürlich sagen danke fürs zuschauen ich speichere hier am ende einer mission dann sehen wir uns nächste folge wieder zu ultimate admiral age of sale mach's gut tschüss